Herzlich willkommen bei BMW Huber. Wir haben wieder ein neues Auto für Sie. Kommen Sie vorbei und probieren Sie es. Wir stehen hier vor dem neuen BMW X4, der im Vergleich zu seinen Vorgängen in allen Bereichen weiterentwickelt wurde. Er ist bestellbar mit vier verschiedenen Diesel- und drei verschiedenen Benzinmotoren mit einer Leistungsspanne zwischen 184 und 354 PS. Er kommt serienmäßig mit einer Acht-Stufen-Automatik und dem intelligenten Allradantrieb X-Drive, womit er in Sachen Offroad-Tauglichkeit dem X3 in nichts nachsteht. Der X4 kommt nun mit dem aktuellen BMW-Cockpit, das zu den größten Teilen aus dem X3 übernommen worden ist. Er kommt allerdings mit eigens für den X4 gemachten Sportsitzen, die etwas tiefer positioniert sind als im X3. Ebenso kommt der BMW X4 mit allen Assistenzsystemen, die momentan bei BMW erhältlich sind. Dies umfasst eine Vielzahl von Lenk- und Spurführungsassistenten, die im Ernstfall eingreifen. Speziell bei Autobahnfahrt empfiehlt es sich, die Lenk- und Spurführungsassistenten zu aktivieren. Somit kann das Fahrzeug nahezu von selbst fahren. Man muss lediglich alle paar Sekunden ein paar Finger ans Lenkrad geben. Serienmäßig beim X4 gibt es auch wie in jedem anderen BMW eine Freisprecheinrichtung, die sich beim Einsteigen direkt mit Ihrem Telefon per Bluetooth verbindet. Optional erhältlich ist die induktive Ladeschale, die Ihr Telefon während der Fahrt auflädt. Sie brauchen es hierzu nur in die Mittelkonsole gehen. Der BMW X4 ist ein dynamischer Alleskönner, der keine Kompromisse macht. Ich würde mich über Ihren Besuch freuen, um Ihnen mehr Features vom neuen BMW X4 vorstellen zu können. Design Windows kann wieder etwas über Ihren Besuch sein. Wie geht es! Und jetzt